Hallo liebes YouTube, hier ist euer Erdnuss Templer und ich habe eine ganz wichtige Mitteilung an euch. Die Zeiten, als ich eine peinliche Internetblödelei war, diese Zeiten sind vorbei. Ab sofort werde ich nur noch ernste historische Fakten mit euch besprechen. Fangen wir mal an mit der Völkerwanderung und Karl dem Großen. Genau, ja, was die Leute damals gemacht haben, genau. Karl der Große, der hat das Frankenreich gegründet, das war der Stammvater von den Deutschen und den Franzosen. Hä? Hier tropft doch irgendetwas. Immer wenn ich ein Video drehen will, dann kommen irgendwelche nervtötenden Geräusche. Diesmal tropft irgendetwas, dann krölen im Treppenhaus Leute herum und dann fährt noch ein Zug vorbei. Erdnuss 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 Oh! Eudenbier! Oh! Ich bin eine Eule! Ähm, okay. Das war gerade einer meiner mehr oder weniger gruseligen Kurzfilme. Wer diesen Film wirklich gruselig fand, der sollte sich jetzt dieses Video angucken. Es wird Zeit für etwas Niedliches. Auch als Kerl kann man Katzen süß finden. Evil Blick. Ich weiß, es klingt komisch, aber mit diesem Video will ich euch eines wünschen. Eine schöne Adventszeit! Einen Zeit! Einen Zeit! Einen Zeit! Einen. Dss.